Und herzlich willkommen zurück meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer bei der nächsten Ausgabe von Phantasmart, die händlose Nacht, die 93 Sturvoja. Wir sind im Kino, ich bin gut vorangekommen, aber im Moment hänge ich, weil ich nicht weiß, wo ich diese Gegenstände einzusetzen habe, deshalb ich hole mir einen Tipp. Gut, es ist ein kleiner Tipp, wir sollen im Kino was machen. Dafür habe ich die Münze, passt aber nicht. Da fehlen mir die Steine. Kann ich hier was machen? Münze? Hatte ich schon. Ach, das war kein richtiger Tierfilm, sondern so eine Platte zum Einsetzen. Ich bin ja, ich meine, da bin ich der Schussel, dass ich nicht dran gedacht habe. Aber ich dachte wirklich, das wäre ein richtiger Tierfilm, den ich halt in Tierprojekte also so einzusetzen habe. Ah, sowas. Okay. Sowas? Da bin ich gut drin. Muss ich aber nur die Farben nachbauen, hä? Das kriege ich. Das kriege ich hin. Das ist ja schon mal perfekt. Ah, da oben. Ich habe es gesehen. Hä? Passt da nicht rein? What the hell? Das kommt da unten hin. Aha, du setzt dich selber ein. Das finde ich super. Du kommst da hin. Aha, aha, aha. Oho, 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 oho. Du kommst hier hin. Das ist mein Rätsel. Alles muss symmetrisch sein. Gut. Hälp da hin. Hälp da hin. Grün da hin. Was ist das Grüne? Ah, da drüben. Okay. Mhm, 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 mhm. Sehr schön. Feine Sache. Feine Sache. Eingesetzt. Gut. Hälp. Und das letzte Teil. Bim, 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 bim. Und wir haben einen Foto bereit. Das kann weitergehen. Sehr schön. Man muss sich aber mal selber eingestehen, wenn man einen Tipp braucht, dann braucht man einen Tipp. Gut. Leck Rido und raus bist du. Was? Was heißt denn du da eingesteckt, hä? Ja, 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 ja. Schweige. Alles, was du sagst, kann und wird gegen dich im Gericht verwendet werden. So. So. Und nun? Äh. Mama. Verstehst du nicht? Ich halte es nicht mal aus. Meine geliebte Tochter ist schon wieder verschwunden. Hat nur ein Wimmelbild da gelassen. Äh, mein Schatz. Schöp. J-A-Amy hieß sie? Amy? Amy, mein Schatz. Gut, ich brauche hier eine Münze. Okay, ich habe einen Schuhlöffel. Den kann ich für irgendwas nehmen. Mäh. Armer Roboter, wo ist dein anderes Auge? Hat es das Auge, was du suchst? Hm? Ein alter Ausgabeautomat. Doch, doch keine Tickets. Oh. Ich brauche einen schmalen Gegenstand. Da haben wir einen Hut. Da haben wir hier eine Marke. Nee, ich will nicht zurück. Ich mache mich zuhören. Pommes. Ich habe Pommes gesehen. Lecker, lecker. Pommes im Keto. Ui. Der Schlüssel muss hier irgendwo sein. Ein Schuhlöffel. Nee. Ah, da ist was versteckt. Ahoy. Ich sehe die Form eines Fernerors. Für wen machst du die Kommentare außer für mich? Ich sehe einen Griff. Nee, das ist nicht. Hm, mit einem dünnen Stern kann ich es öffnen. Schuhlöffel. Süßte. Und ich habe ein Fernrohr. Und das setze ich ein. Aber was kriege ich? Schöne ist eine Marke. Die Marke für den Ausgabeautomat. Gut, und da haben wir das Auge. Wer hat das da rein platziert? Da bist du nämlich froh, wie du mobs im Haferstroh. Und gibst mir ein Schmetterling. Und der Schmetterling kommt in die Dose. Und da ist das Kabel drin. Ich brauche einen schmalen Gegenstand. Um den Schlüssel rauszuholen. Nimm einfach die Kiste und schüttel sie aus dem Kopf. Gut. Schlüssel. Zipperlein. Eine Pinzette. Eine Pinzette. Pinzi, Pinzi, Pinzette. Wo ist die Pinzette? Wo ist die? Wo ist die kleine Pinzette? Ich sehe sie. Ich brauche sie. Ich wünsche aber nicht. Der Schlüssel. Ja, das ist der Schlüssel, den ich brauche. Was ist da eigentlich noch in der Dose? So eine Art Gewinde oder was? Ein Gewinn, Gemünde. Einen Zipper. Ein Zipper? Ach so, was fehlt für die Zipper für eine Hose oder eine Jacke. Da ist es. Und da ist die Pinzette. Ich werde den Schlüssel. Der Schlüssel. Kommt rein. Dann haben wir Aufstecker. Ach, das sind die Dioden. Dioden. Ich habe noch einmal keiner. Was sind die Dioden? Sind sie nicht einfach nur Aufstecker oder sowas in der Art? Hä? Was sind die Dioden? Die brauche ich hier bei der... Hä? Ach so, weil ich den... Ich habe den Film ausgemacht und dann denken sich die Leute... Oh, Zeit nach Hause zu gehen. Ich glaube, dass sie nicht wissen, dass sie Geister sind. Wie kommst du da rauf? Wie kommst du denn da rauf? Sie wissen es nicht. So, Dioden. Endlich kann ich ins Obergeschoss gehen, Janet. Janet, haltet euch! Ich komme! Ja, super. Und all die anderen hier sind sehr erbrochen. Obergeschoss. Hä, 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 hä. Soll ich später wiederkommen? Sieht nach Ärger aus. Ich muss so schnell wie möglich da reinkommen. Betritt den Blumenladen und finde raus, wer Janet belästigt hat. Vielleicht hat auch Janet jemand... Hat die Janet jemanden belästigt, wer weiß. Ich muss den Efeu irgendwie beseitigen. Hoffentlich fügt das alte Hausmittel. Müllgabel? Feuerlöscher. Nö. Ich habe ja noch die Sache in dem... Mir gefällt diese Puppe nicht. Ich habe ja noch diese Aufgabe in der Bäckerei. Was ist das denn? Äh, in der Maschine steckt etwas fest. Aber wenn ich ein paar Süßigkeiten verschiebe, kann ich es vielleicht herausbekommen. Zuerst muss ich noch ein paar Dinge finden. Und was muss ich finden? Das Sieb. Okay, gehen wir weiter. Was haben wir hier? Wenn ich die Zutaten finde, dann werde ich das Mittel auf jeden Fall beherstellen. Ich habe das Gefühl, dass ich es später gut gebrauchen kann. Sehr gut für die Abwehr von Insekten. Ungeziefer und anderen Schädlingen. Der Geruch ist streng genug. Ich kann es als Riechsalz... Ich kann es als Riechsalz zu verwenden. Was ist denn das in Deutsch? Riechsalz, also... Essig, aha. In dem Mörse kann ich etwas zerstampfen, doch leider fehlt der Stößel. Ach, dafür das Sieb, weil ich da was ein... Was fein reinmachen muss, hä? Okay, was haben wir noch? Was haben wir hier noch? Puppe, bleib doch mal fern. Essig? Mit was könnte ich bewirken, dass die Pflanzen verwelken? Vielleicht ein bisschen Salz hinzufügen, so wie es meine Großmutter getan hat. Das ist ein Ausmittel? Essig und Salz? Hab ich noch nie gehört. Das Hauptspiralen-Symbol, das kann ich mir nicht nehmen. Ne, das zählt nicht. Schmetterlinge als Fliege? Nö. Da eine Fliege. Oder Schleife. Ich glaube, ich muss auch Schmetterlinge finden. Hier sind einige Schmetterlinge zu finden. Hmm. Hmm. Eine Schleife, zwei Spiralen finden wir noch. Hmm. Okay, hier schon auf. Die Spirale im Törtchen? Nö. Da ist eine Schleife. Gut. Schlüssel, ab in den Koffer. Was habe ich hier? Spinne, Schmetterling, Törtchen. Schmetterling? Törtchen? Spinne? Wo ist die Spinne? Da ist die Spinne! Ich habe keine Spinne. Da ist die Spinne. Ich hätte das sonst wieder ewig gebraucht, aber diesmal habe ich es sofort gefunden. Die Sonnenbrille. Und ein Stirnband. Das kann ein Stirnband? Nö. Das ist ein Stirnband. Stirnband? Ist das nicht eine Haare... So ein Haareifen? Oder... Pfff. Äh... Das sind aber eine Daumen, ich sehe. Noch was? Okay, das ist abgeschlossen. Ich brauche noch zwei Spiralen. Wo sind die Spiralen? Da ist eine Spirale. Wo ist die letzte? Wo ist die letzte? Also das wird schon eine Abwechslung hier. Nicht immer nur Sachen suchen, sondern nach einem bestimmten Konzept. Spirale, 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 Spirale. Da haben wir es. Und die Maske. Da habe ich die Maske auf dem Knie und die Lippen. Und ich brauche eine Tasse. Ich habe die Tasse. Und wofür ist das Ganze für die Tasse oder was? Du hast eine Gegendsteil gefunden. Die leere Tasse. Nicht die gefüllte Tasse. Nein, die leere Tasse. Gut. Gibt es hier drin noch irgendwas? Schatten, 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 Schatten. Alle. Immer diese Schatten im Spiegel. Meine Gute. Diamanten sind die besten Freunde einer Frau. Nicht, wenn du Hunger hast. Es ist zwar schwer zu erkennen, aber ich glaube, dass auf dem Spiegel einmal etwas geschrieben wurde. Mit ein bisschen Dampf kann ich das nicht sichtbar machen. Feuerlöscher! So sollten wir nochmal drüber nachdenken. Akkomen. Akkomen. Münze. Also ich brauche einen Schlüssel. Und ich brauche irgendwie Dampf, um hier die Schrift sichtbar werden zu lassen. Okay. Uh, was haben wir da? Ein nasses Handtuch. In den Rohren befindet sich noch immer Wasser. Füllt die Tasse mit Wasser? Hey, hey, hey. Da funktioniert wieder mein Verstand. Hm, da haben wir einen Spiegel. Was haben wir hier? Och, Mensch. Klebt zusammen. Äh, das? Wofür habe ich jetzt die... Äh, wofür habe ich die Müllzange benutzt? Ach so. Die habe ich noch da. Ich muss nur rüber switchen. Ähm, Wasser? Nass... Handtuch? Nö. Ich habe einen Geldschein. Einen Dollarschein. Ach so. Ich habe an Euro gedacht. Deshalb die Münze. Dollar sind ja Scheine. Dafür das Popcorn. Wofür das Popcorn jetzt? Das Kino ist doch schon vorbei. was ist das? Franks... 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 Frank... Frank ist für Frank... Steck... Steckkarte. Aha. Was soll ich denn bitte mit dem Magazin anfangen? Ob ich mir einen neuen Haarschnitt aussuchen soll? Äh. Ja, wofür kann ich das Magazin nehmen? Gute Frage. Was? Soll ich hier was finden? Ist hier irgendwas geschrieben? Moment. Moment. Stechkarte. Lappen. Münze? Essig? Äh, ne. Da brauche ich Salz. Äh. Sieb? Nö. Soll ich hier was ausschleihen oder was? Wofür das Buch? Gute Frage. Nächste Frage. Klippt zusammen. Gut, ich hole jetzt erstmal das Popcorn. Vielleicht geht es damit dann weiter. Moment. Ist in nem Salz Popcorn oder was? Fresh Popcorn oder was? Hä? 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 Okay. Wo ist der Dollar? Bitteschön. Yummy. Popcorn Schachtel. Ich gehet alles Popcorn doch meist... Oh, die Logik. Oh. Ich gehet alles altes Popcorn. Doch meist ist viel Salz drauf. Komm, die... Kombiniers. Keine Chance. Nasses Tuch. Und wie hole ich das jetzt raus? Im Sieb. Oh. Das wird doch nicht und immer so funktionieren. Du kannst doch nicht einfach nur Popcorn über das Sieb halten und denkst... Oh, jetzt kriege ich schön Salz raus. Ach. Zum einen finde ich es irgendwie unlogisch. Zum anderen bin ich ja... Aber dennoch kriege ich es hin. Und darüber... Das finde ich lustig. Das kriege ich lustig, dass ich das... Dass ich das verstehe. So, Salz in den Cell äschlich rein. Hey, lol. Jetzt brauche ich einen Rasensprenger oder sowas in der Art. Wasser? Keine Chance. Alten Lappen. Also, einen Rasensprenger. Also, ich brauche einen Aufsatz. Ich brauche einen Aufsatz. Und dann kann ich hier die Pflanzen entfernen. Aha. Aha. Gut zu wissen. Gut. Hm. Also, das brauche ich ja später. Insekten sind schon wieder Insekten. Gab es schon in der Schule. Überall hier Insekten befallen. Fui. Ach, Buch und Plattenladen. Da war ich noch nicht drin gewesen. Hui. Warum ist diese Welt so kruehl? Ich war zu verabschieden, dass ich ihr Blut an mir selbst geben. Also, ich habe jemanden anders gelegt. Sie kamen nie zurück. Wahrscheinlich haben sie gedacht, die Person steht auf sie. Das ist ein Grund, dass du nicht ins Jenseits kannst, weil du nicht weißt, was mit deiner Geliebten passiert ist. Ich kann dir schon verraten, die ist mit dem anderen Typen abgehauen. Ach, du bringst mir Blu. Bitte, du bist der meinst Zug. Gehle. Hm. Ob Janet Sally die Blumen gebracht hat? Ach so. Ein Mädchen hat ihr die Blumen gebraucht. Kein Junge. Deshalb? Ist sie das? Ist das hier die Sally? Soll ich die nehmen? Das muss sie sein. Ja, nimm das. Nimm das Bild. Das ist die Sally. Ich habe immer noch eine Tasse mit Wasser. Gut, dann schaue ich mal weiter. Was ist da noch im Buch und Plattenland? Und wer ist der Typ da mit der Gitarre? Also, das ist ein Aufstellkamerad. Das Geheimfach ist einfach zu finden, aber dafür umso besser verschlossen. Ich habe die zweite Tanzfigur. Es kann weitergehen. Was haben wir hier? Samen. Aha. Ob dieser Ultimer immer noch funktioniert? Hm. Noch irgendwas hier zu finden? Also, ich brauche das Radio für was. Okay. Es sieht so einsam aus. Ob ich mit einem Bild von dem Mädchen wirklich aufheitern kann? Naja, ich habe das Bild gefunden. Ich weiß nur nicht, wie ich es lösen kann von dem Spiegel. Ist wahrscheinlich angepackt nach alter Zeit. Dies ist ein alter Plattenspieler, den man aufziehen muss. Na, du bist ja richtig fett. Anderes aufziehen. Gut. Bevor man ihn verwenden kann. Ich kriege ihn aber nicht auf. Hm. Die Schallplatten sind nach einem ganz bestimmten Muster geordnet. Und das heißt, da fehlen Schallplatten, die ich noch ergänzen muss. Okay. Ähm. Ist hier noch was zu finden? Ne, das habe ich schon. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal zurück. Ich habe nämlich zwei Tänzerinnen. So. Dann setzen wir euch mal an die Stange. Bis wir euer Geld verdienen. Und jetzt? Äh, was? Achso, das waren nur zwei Teile einer Figur. Äh, wisst. Hä? Drei? Eins? Vier? Also, ich muss die... Die Figur stellt Zahlen dar. Und die muss ich erkennen. Die Nummer der Arme und Beine. Oder? Drei. Eins. Vier? Hä? Warum passiert nichts? Drei. Eins. Vier. Und weiter passiert nichts. What the hell? Und das ist auch eine Vier. Vier. Ne. Drei. Das ist richtig. Eins. Vier. Und jetzt tanzt sie sich... Jetzt tanzt sie und dann passiert nichts weiter. Hä? Drei. Vier. Moment. Drei. Eins. Zwei. Achso. Sie hat hier Ella Badge gemacht. Hat es falsch gehabt. Gut. Scheint mal funktionstüchtig zu sein. Samen? Also ich kann einen Ofen benutzen. Und der wird wahrscheinlich in Flammen aufstehen. Und deshalb muss ich hier den Feuerduscher bereit halten. Aha. 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 Und dann brauche ich eigentlich die Stechkarte und alles. Wofür? Ich habe so viele Gegenstände und ich weiß nicht, wo ich sie einsetzen soll. Stechkarte. Nö. Bringt hier nichts. Ich brauche noch Gegenstände. Darf ich nicht vergessen, dass da was ist. Also ich brauche den Samen kann ich sicher für das Insektenmittel herstellen. Aber da brauche ich den Stößel. Wofür hier das Magazin? Wahrscheinlich ist da der Schlüssel drin, oder? Also ich meinte das Bild, aber wie komme ich da hin? Das ist auch kein Gegenständ, den ich nehmen kann. Hmm. Lasset mich überlegen. Hmm. Samen? Okay. Das ist schon bei dem richtigen Ort. Das ist ja sogar das hier auf dem Bild. Okay. Da ist nichts mehr zu finden. Da brauche ich immer noch hier das Mittel. Rasensprenger oder sowas in der Art. Also ich brauche einen Aufsatz, damit ich das hier streuen kann. Ich kann es nicht einfach nur flatsch hinschleudern. In den Plattenladen. Die Karte. Ist das eigentlich Frank? Ist das Steine, ist das Steine, Stechkarte? Aufziehen. Ja, es fehlen wahrscheinlich Schallplatten und die muss ich da einbauen, um das Minispiel zu machen. Da bräuchte ich die Aussprachung, die richtige. Das habe ich schon. Da ist der Oldtimer, deshalb kann ich noch ins Bild gehen. Ich habe so viele Gegenstände, ich weiß bloß nicht wo einzusetzen. Gut, meine Damen und Herren, dann mache ich jetzt hier wieder einen kleinen Cut. Also es wird wirklich... Manchmal ist es so unlogisch. Also ich meine, das mit dem Salz aus dem Popcorn. Okay. Und jetzt ist es wahrscheinlich wieder was ganz Simples. Komme aber nicht drauf. Also, erstmal eine kleine Verschnauspause. Erstmal überlegen. Ich brauche das Bild für den Typen. Ich brauche hier einen Aufsatz, um hier die Pflanzen zu entfernen. Aber das ist das Hauptziel. Das heißt, alles andere muss ich vorher machen. Aber was soll ich hier eigentlich erledigen? Was brauche ich hier? Hä? Also da stecken Sachen fest. Wenn ich ein paar Süßigkeiten verschiebe, kann ich es vielleicht herausbekommen. Zuerst muss ich noch ein paar Dinge finden. Was für Dinge muss ich finden? Flaschen oder sowas? Es ist so... Ich werde schon drauf kommen, früh oder später. Gut. Und wenn Ihnen, meine Damen und Herren, diese Ausgabe von Phantasma, die endlos so nachgefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sind es hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dahin, ihr 93 Turbo. I love to entertain you. Tschüss. Goodbye. Goodbye. Goodbye.